Jo, jetzt was geht? Willkommen zu einer erneuten Account-Vorstellung-Video auf meinem Kanal. Heute hat mich ein Abonnent angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich seinen Account vorstellen könnte. Und das werden wir in diesem Video machen. Und wenn ihr auch wollt, dass ich euer Account vorstelle, schreibt mir auf Instagram. Dort heißt es nämlich cashka-real. Also ich bestabiere euch das Ganze nochmal. K-E-S-C-H-K-A-Unterstrich-R-E-A-L Schreibt mich gerne dort an, wenn ihr wollt, dass ich euer Account vorstelle. Und hier ist kein Creator Code eingetragen, das ist natürlich nicht so gut. Wir tragen den Creator Code Cashka im Itemshop ein. Und das solltet ihr, meine Damen und Herren, auch am besten machen. Und jetzt gehen wir gleich in den Spind rein. Aber davor will ich ja auch schon, was er so aus dem Itemshop hat. Und bis jetzt nix. Okay, er hat, glaube ich, nix. Hatte vielleicht den Battle Pass. Ne, den hat er auch nicht. Egal, Leute, wie genau er spinnt. Und wir haben Take DL schon mal ausgewählt. Sehr nice, Alter. Sehr, sehr wild. ZZZ, Hype, Orangene Gerechtigkeit, Verliebt und Pony Rit 2. Oh mein Gott, aber das, was mich schockiert, ist Take DL. Und Flammen ist auch drauf. Schneeflocke auch. Alter, ist der Account bis jetzt krank. Okay, er hat viele. Er hat sehr viele. Hatte die Season 3. Er hat alle Season 3, Leute. Ich würde sagen, wir wählen heute mal... Komm, den Raptor aus. Den wartet, Leute. Oh, ja. Er hat sogar den Travis-Banner. So, wir wählen den Raptor aus. So. Jetzt bitte Schallplatten. Enttäusch mich nicht. Und bis jetzt sehe ich dort nix Interessantes. Oh, die ist nice. Die ist auch ein bisschen selten. Aber ansonsten sehe ich hier nix mehr, Leute. So, ich mache... Ja, meine Leute. Äh, ja. Sonst sehe ich hier nix Besonderes mehr. Wenn der OG Bellbus-Banner hat, das wäre krank. Er hat den Salz-Banner. No way, Liga. Das ist krank. Der ist auch sehr selten, Leute. Holy moly. Travis-Banner. No way. Die Banner sind sehr stark bis jetzt. Schwarzer Ritter-Banner. Sehr nice. Und ansonsten sehe ich hier, glaube ich, den Bellbus-Banner nicht. Wenn ich den übersehe, schreibt es in die Kommentare, Leute. Aber der Salz-Banner, Digga. Das reicht vollkommen aus. Und der Banner ist auch sehr selten. So, dann hat er bei Standard nix Besonderes. Und die haben wir, Leute. Den Salz-Banner wählen wir aus. Sehr, sehr seltener Banner. Jetzt hat er die Kevin-Lackierung. Wäre sehr wild. Nein, er hat die Kevin-Lackierung nicht. Aber die ist sehr nice, Leute. Diese Lackierung ist nice. Jetzt sagen wir, jetzt in die Tänze. Let's go. Er hat krank viele. Er hat geisteskrank viele. Oh, 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 oh. Okay, Winken ist am Start. Ja, okay, okay, okay. Digga, er hat viele, Leute. Er hat viele. Der ist auch selten. Ja, Mann, Leute. Das ist ein starker Account bis jetzt. Fake-Take-DL. Ja. Pony Rids. Holy moly, Alter. Er hat Pony Rids. So. Hot Marat hat er auch. No way. Was ist ein Bug? Was ist das für ein Bug? Wieso ist hier eine Musikschallplatte im Hintergrund? Egal, Leute. Er hat Hot Marat. Holy moly, ist das krank. No way. Der ist auch nice. Du bist der Hammer, ja? Wow, der ist auch wild. Beste Kumpel sind auch am Start. Ist auch am Start. Wir haben aber, glaube ich, kein Zahnseide. Egal, Leute. Wir haben Take-DL, Junge. Freestyle und der Roboter. No way, Leute. Wir haben den Roboter. Sehr nice. Jeff ist gut. Und Greedy. Oh mein Gott, Leute. Das ist krank. Das ist krank. Sozusagen hier wählen wir den Roboter aus. Sehr nice. So, hier hat der Flamme, Digga. Das reicht auch vollkommen aus, Junge. Flamme ist so krank, ne? Selten. Hat der vielleicht Marco? Das wäre geisteskrank. So, wir schauen uns hier um. Ja, er hat viele Siegesgleiter. Okay, Leute. Marco wäre krank, aber das sieht nicht danach aus, Leute. So, okay. Raven-Gleiter ist auch nice. Der ist auch nice. Und nein, er hat, glaube ich, kein Marco. Schade Marmelade, Leute. Aber er hat Schneeflocke, Digga. Das reicht vollkommen aus, sage ich dir ganz ehrlich. Wieso kann man bei Schneeflocke Steel bearbeiten? Was ist das denn für ein Bug, Alter? Jetzt gehen wir mal. So. Oh! Bleistift-Hacke und die Omega-Hacke. Sehr strong, Alter. Oh, die ist nice. Die Karbald-Hacke. Okay, Leute. Spitzhacken sind auch fresh. Ich würde sagen, wir wählen hier die beste OG-Hacke aus, finde ich. Die Bleistift-Hacke. Jetzt geben wir die Skizrei, Leute. Drei, zwei, eins. Ganz, ganz nach unten. Käpt'n Blau-Mütze ist am Start. Holy moly. Twitch. Okay, das ist sehr selten, Leute. Sehr nice. Holy moly. Rostmeister. Und oh mein Gott. Sehr stark. Was ist das für ein Skin? Ich glaube, der ist selten, Leute. Bro. Dann hier der Wikinger-Skin. Ja. Elite-Agenten. Wir haben Elite-Agenten. Holy moly. Der ist auch selten. Und oh mein Gott. Der blaue Panda-Bär. Äh, ja. Sehr nice aus dem Skin. Aber Bruder, einfach Elite-Agenten. Hat der voll Gold, Charlie? Nein, hat der nicht. Schade. Oh mein Gott. Ich hab den ja nicht mal gesehen, Digga. Der ist so selten. Der Skin, das ist sehr strong, Leute. Der ist auch nice. Omega-Full. Gott, hat er den Full? Omega-Full? Er hat den Full, Alter. Holy moly. Das ist geisteskrank. Was haben wir hier? Sensenmann. Bro. Was ist das für ein Account? No way, Leute. Ein sehr, sehr niceer Account. Ich würd sagen, Leute. Welchen Skin wählen wir aus? Bro. Aber sehr nice, Leute. Er hat die auch favoriert. Das kann ich verstehen. Wir wählen Elite-Agenten aus. Und, oh mein Gott. Nice, nice, nice. Ja. Sehr stark. Holy moly. Ja, mal, Leute. Ein sehr, sehr niceer Account. Rostlaube, Bro. Was hast du für einen Kranken-Account, Alter? Ja, mal, Leute. Das war's mit dem Geisteskranken-Account-Vorstellen-Video. Sehr, sehr niceer Account an der Stelle. Ich würd sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.